und hier sind wir wieder zu dem platz ist ghostrecken mit der solchers willkommen du bist ja schon weitergeklärt ja als du gesagt hast dass es weiter geht ja aber ich muss ja ausmeldet wieder reintämmen so stell du dich ich habe keine ahnung wo der punkt ist das ist nicht der typische vip präsident boludin ist ex-militär sind sie draußen kann er auf sich selbst aufpassen was wird er sagen dass amerikaner ihn aussuchen fragen sie ihn selbst ok viel glück da unten roger overlord bis gleich gute alte overlord das spiel overlord ok sicher wir sind im keller kontakt geradeaus wie viele da ist nur einer das sind zwei ziele und drei ziel vier hellol können wir die von hier aus alle treffen vorsicht das sind nochmal vier zwölf uhr nummer zwei und nummer vier könnte ich one hit kill äh nummer eins und nummer vier nummer drei nummer zwei sieht aber keiner oder äh kommt drauf an ist der hinten im raum oh ja ist er ich weiß nicht ob du durch diese scheibe schießen willst willst du scheinbar ja vorsicht die sehen uns sonst geht aber knapp in der oben können wir da auch erschießen ohne probleme oder ja mach da sind hinten noch mehr ach so das war es dann mit leise ja war nicht völlig laut nur leichengebrühe oh da stehen zwei wenn beide nebeneinander stehen dann na wem sollte vielleicht nicht hinterlaufen komm schau und stellt euch nebeneinander hin ja komm ich seh nicht alles das irritiert mich gegner erledigt wir haben wir haben sie gerne markieren auch so schaltest die alle einzelnen aus keine ahnung man schießt nur gegen irgendeine wand ja die sind hinter den wänden ne und du hast eh wieviel Durchschlagskraft schaltest die alle aus da durch der schaut lebendig aus an dem du grad vorbei gerannt bist hä aber das waren auch nur der einzige von denen und da waren insgesamt drei ich glaube ich muss die andere Wache benutzen du hast du mir zugehört ja hey aber jetzt haben wir noch mal die Chancen silent zu machen umso besser das wollte ich nämlich eh ja ich erkenne es die einfach zwei so schön dastehen ja dann warte auf den richtigen Moment und versuche nicht dabei zu zwingen Gegner tot immer so laut reden muss das sein dann hätte ich messern können das hatte ich gehört hä wieso das war die konnte ich doch vorher auch Probleme so umbringen aber diesmal warst du näher dran wie näher dran nein da war ich sogar weiter weg also von ihm zumindest ich bin schon da ich bin schon da es ist für mich nicht oder sowas bin tot äh was ich zieh um naja du bist mir entgegen gerannt äh gekrochen als du K.O. warst so dass ich beim heilen natürlich im Sichtfeld vom Gegner war mit der Waffe komme ich doch gar nichts mit der Waffe komme ich doch gar nichts mit der Waffe komme ich doch alles mit der Waffe komme ich doch alles wer weiß das du das fucken wir wenn man doch alles durchschießt wenn hier ist genug jetzt hast du ihn wieder weg wie soll man jetzt 2 in einer Reihe umbringen wenn du immer alle Feuer umbringst so wie wärs damit hast du jetzt hast du jetzt 2 durch Gegenstände gestellt oder wie genau was ist das gemacht ja hab ich 3 dann erledigen wir sie bewillig dich geh erledigen 12 Uhr Aua Du steckst mir Schwierigkeiten raus da Boah diese Schussfrequenz die Sniper so haben Wird die einfach mal nur ein bisschen höher könnte man das doch als Sniper und als Shotgun gleichzeitig verwenden wo ein Hitkill ist es so oder so auf so einer Entfernung runter Wollt die Kontakte auch Flick ja ich sollte hinter dem präsidier taput Kontakt direkt vor in Deckung ah Kann ich dir da auch so sehen Achso ok an der Stelle war keiner noch Ja genau, spring da rüber, wenn ich grad zu dir hinkriege. Ich war ja auch keine Absicht. Oh, doch die war. Hä? Hast du den Schuss überlebt, oder was ist jetzt schon der Nächste? Der Kunde, der Kunde, ja gut, der Kunde, ich hab's. Auf geht's! Drohnen Adventure. Hä, bist du bei irgendeinem Gefängnis? Oder warum sagst du sowas? Oder war das nur mein Charakter? Das ist der Präsident? Ah, egal. Ich erkunde jedenfalls gerade den kompletten Kellerbereich. Äh, muss ich jetzt noch was machen? Ach so, da muss ich auch noch hin, okay, da fahr ich mal irgendwie raus. Hier steht überall erkunden. Und das kannst du alles nur du machen, also sorry. Aber immerhin haben wir jetzt alle Gegner getötet. Warte, was andere? Ja. Der Kunde, solange bist du der Präsident abheben. Okay. Gehe ich mir noch hier. Ich bin nicht deinetwegen hier. Sorry. Aber der falsche. Hä? Hier ist nicht mal wer drin. Ja. Ja, wegen Nobody bin ich auch nicht hier. Und du bist nicht wegen... Ja, genau. Oh, der sieht doch so richtig aus. Du hast Bingo gesagt. Was soll ich jetzt machen? Weiter erkunden. Da steht doch akustischer Impuls. Da steht immer da, weil ich das immer machen kann. So. Hm, warte. Das ist diese Tür hier, oder? Na, ich kann nichts machen. Keine Ahnung, was du tun sollst. Bleib dort. Mach dich bemerkbar. Gibt's da irgendwas, was du... Ja, geiler Alter, steht nicht, dass ich was tun soll. Jetzt fährst du weg. Toll. Das bringt aber auch nichts. Ja, geh wieder da rein, weil rausfahren bringt auch nichts. Da muss drin irgendwas gewesen sein. Da steht aber nichts. Ja, hier draußen steht auch nur erkunden weiter. Da steht erkunden, das schaue ich mir jetzt auch an. Na. Du verarscht mich jetzt, oder? Muss man echt alles erkunden, obwohl er schon Bingo gesagt hat? Ja. Keine Ahnung. Sorry. Der da ist der Falle, der da liegt. Nicht tot. Gut zu wissen. Wer schläft. Nein, der ist nicht tot, der pennt nur. Hi. Die zwei da, die sind sie auch nicht. Du warst schon richtig, also geh wieder dorthin. Ja, aber da stand halt nur erkunden, wer steht da nicht. Dann schau dich gescheit um. Nein. Da muss ja was anderes geliefert werden. Jetzt steht da, ich soll den Impuls benutzen. Ja. Sag ich doch. Ja, aber Frau Stadt ist doch nicht so da, oder doch? Ja, genau so. Blaue Leiste, mitten im Bild. Hä? Ich hab die nicht gesehen. Ich hab nur das da oben gesehen, wo das immer steht. Äh, ich kann nichts machen mit ihm. Das musst du wohl du ledigen. Oh, okay. Drohne, komm mal wieder her zu mir. Wie auch immer du das immer machst. Naja, wenn du sie nicht jedes mal manuell zurückfliegen musst. Ja, aber ich kann doch auch zu dir hinlaufen, die mitnehmen. Kannst du mich durch die Tür lassen? Ja. 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 Du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Ja. Jetzt hast du keine Zweitwaffe mehr. Glaubst du echt? Ja. Hab ich aber. Okay. Ach was sind jetzt mehr? Ich hab immer eine Drittwaffe dabei. Ich habe immer eine Drittwaffe dabei. Ich hol jetzt mal keine Pistole daran. da ist einer vorsicht vorsicht hier der scheint aber schon wissen dass wir hier sind hast du den nicht gesehen ja klar wissen die was von uns aber das hier ist trotzdem der beste weg zurück meiner meine nach weil sie nicht wissen dass wir hier sind und jetzt sind wir schon direkt am ausgang los ohne gegner zu töten also gut zwei waren im weg aber sonst alle mal rein der aufzug ich frag mich wo diese kantine gewesen sein soll bis zu der man nicht töten soll wir sind nix zum essen auch anscheinend war die nur nicht was das wäre es ja schon die x-service nicht geschafft ich habe mir jetzt noch einen langen in einem stück raus roger es kommt um 8 jay sie meinen sie mir nicht im liebte gespray präsident es ist so noch nicht damit ist revitier das ist halbama da wird die löser die litz bellowe medvede sammeln hierher die grüne vision sehr gut Die werden den Aufzug leider wahrscheinlich gleich mit zerstören. Müssen wir die Tür jetzt aufmachen? Oh, ein Gegner, hi. Nein, das ist ein Freund. Was bist du? Warum bist du? Wieso stehe ich schon draußen? Wieso stehe ich schon draußen? Wieso stehe ich schon draußen? Hey, er ist ein Fass. Es ist noch nicht einge-ixt. Hey, Tatsache. Wir ziehen jetzt ab, würde ich sagen. Kannst du dir mal sagen, dass du Englisch sprichst? Der russische Präsident. Ich weiß nicht, ob der so gut Englisch kann. Er ist Präsident. Er kann Dolmetscher verwenden, muss es können. Und was, wenn ein Dräumetscher fällt? Ich erkenne noch. Ja, weiß nicht, aber... Wir wissen es ja nicht mal. Was? Schau mal, da wäre auch was für den Doppelkill. Oh, okay, jetzt sind sie umgekippt. Die wissen, aber dass wir hier sind, oder? Ich glaube, die kümmern sich gerade um was anderes. Wir sollten jetzt einfach nur versuchen, nicht in die Luft zu... Ich habe keine Drohne mehr, die ist zu stören. Schau mal, die sind überall verletzt. Ha, ich habe gerade wieder einen Doppelkill gemacht. Weil der eine den anderen weggeschleppt hat. Da läuft sich gerade selbst vor, dass sie mit herlaufen. Oh, dein Deck, tut mir leid. Entscheiden wissen die nicht, dass wir hier sind. Aber jetzt. Naja, aber die meisten sind trotzdem... ...Instant-Trohs hier. Ja, bei Headshot ist das nicht so, ist das nicht so. Komm, wir sind schon weg. Die Explosion hier. Nicht ausruhen, nein, rüberspringen. Das ist es hier. Wo ist das? Abziehen. Kann man sich auch anziehen, oder ist meine Munikiste? Warum ist da noch Munition? Es geht also noch weiter. Ja, natürlich, wir hatten ja bisher noch nirgends ne Kantine. Nein, er ist erschossen worden. Nein, er hat nur einen Schuss ins Schulter bekommen. Es ist nicht erschossen. Kann ich den hochheben? Warum liegen hier die Ultimax MK5? Wahrscheinlich, weil wir sie brauchen. Ah, boah. Ich kann nicht in Deckung gehen, was soll das? Oh, du wurdest schon... FTF? Warum bringen wir sie so schwer um? Weil du auf einmal tausend Gegner... Ja, warum bringen wir sie denn ganz um? Sie sind ganz um! Weil sie weitergegeben haben, oder... Das ist die keine Explosionswaffen! Vielleicht war es ja auch ein Headshot. Also die können Fall auch One-Hit-Killen. Ich dachte nur, das ist keine Explosionen. Nimm ja das LMG, das da rumliegt. Das brauchst du wahrscheinlich. Was für ein LMG? Hier, an der Wand. Das ist das Ultimax LMG. Wo? Das lehnt an der Wand? Nein, das ist eins weiter links. Das ist ein PDR. Ja, das ist eins weiter links. Das fette Ding. So was? Mein Zwei-Bein! Ganz genau. Das macht jetzt richtig fett Damage, okay? Das ist doch meine Sniper, der ich das gemacht habe. Dann machst du es da, mit mir auch wurscht. Au. Es sprengt mich immer weg. Ein bisschen du. Ähm, direkt hinter dir ist ein Gegner. Direkt hinter dir ist ein Gegner. Lautlose Eliminierung, ich drücke schon. Hättest du dir einfach umgedrückt, erschossen. Ich liege neben dir halbtot. Du musst dich schnell umbringen. Im Schein, da warst du schon tot. Ich konnte ihn ja nicht mehr anrühren. Hä, ich bin aber erst runtergegangen, als der schon längst... Als der schon eine Weile hinter dir stand. Hättest du schon reagieren können. Bei mir hat er jedenfalls nicht geschossen. Das... Ich habe aber Schussgeräusche gehört. Ja, noch nicht an. Ich gehe weiter hinten in Deckung. Wenn du meinst, dass es richtig ist, das hier zu nehmen, hat das auch so ein Bein? Ist doch egal, aber es hat viel Schuss. Es hat kein Bein. Nimm die Scheiße nicht. Ja, wenn du mit der Sniper versuchst, die Leute, die hier hochrennen, abzuschießen, gut. Meine mit 12-fach-Zoom ist jedenfalls ziemlich nutzlos hier. Das ist ein Panzer hier. In die Fraktionsfälle ab und zu drüben. Wo ist das Taxi? Ja, das ist nicht weh. Ich nebel uns ein, dann schießen sie nicht so. Ich probiere falsche Bezise. Okay, ich habe zwei ungenietet. Mach weiter. Guter Schuss. Naja, wie def. Er hat jetzt sogar noch einen Nachhalt. Eine kommt. Okay. Niemand kommt, ich bin hier. Da ist das, da ist ein größeres Problem. Ich bin tot. Ich versuche, irgendjemand zu kriegen. Warum liegst du denn so weit da hin? Ich sehe nur grau, ich sehe gar nichts. Warum bist du so weit da hinten? Oh, sonst war es meine Hauptgranate. Hier bist du kubest, da entdeckt oder? Nein. Pass auf. Ist das ein Fahrzeug? Ja, das ist ja das Problem. Granate. Ich töte alles, was hier oben landet. Ich kann folgendes probieren, EMB. Das geschützt ist aus. Gut. Immer die mit der Mechanik geschützt. Ich bin hier. Granate. Oh. Okay, ja scheiße, wir sind weit genug. Ach, sehr schön. Ist der Rauch jetzt von dir oder ist der Standard? Der müsste noch von mir sein, falls das ewig lang hält. Mach die ganze Sequenz auf. Was ist mit dir? Ach, ich muss nicht mit, oder? Ich bleibe es auf dem Boden. Ist aber seltsam. Essen fassen. Wo war denn eine Kantine? Ich muss ziemlich ganz am Anfang gewesen sein. Das ist eine Kantine, wo wir den einen Typen, ähm, gesagt haben, der soll uns die Tür aufmachen. Ist da, weil er drin saß, war das eine Kantine? Da verstanden, glaube ich, paar Tische. Ähm, er saß vor einem Lab. Ja, aber da stand, glaube ich, einige Tische in dem Raum. Möglicherweise. Das kann schon sein. Bis dahin wäre es zumindest möglich. Relativ einfach. Also doch der komplette Anfang. Bis zu der Stelle eben. Wie immer eigentlich. Gut. Aber weiter geht's erst im nächsten Part. Also dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.